Na alle zusammen, mich ist wieder heute, der Antochina für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns einen Erfolg aus Patch 10.25 angucken. Und zwar finden wir den einmal unter Quest und dann Dragonflight. Hier haben wir das Achievement Brillenwackeln und dafür müssen wir folgendes machen. Geht Zen Arta auf die Nerven, indem ihr das Emote Tanzen verwendet, während ihr den Technoseer bei Technoseen für Archive von Azeroth auf den Dracheninseln tragt. Und ja, das ist so ein Brillenitem, das kriegen wir über eine Quest, beziehungsweise können wir das später anscheinend auch bei einer Worldquest verwenden. Und das müssen wir an drei verschiedenen Spots benutzen. Und dann haben wir das Achievement, wenn wir die Dame ins Target nehmen und Tanzen drücken. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr müsst erstmal diese Prequest für das Ganze mit einem Child spielen und dann könnt ihr diese Worldquest freischalten. Die switchen anscheinend von den Positionen immer. Oder ihr könnt das Ganze auch schon in der Questreihe machen. Ich habe die Questreihe jetzt schon halb durchgemacht mit dem Main und habe dann gemerkt, okay, kacke, ich kann das nachträglich quasi nicht mehr an den Spots machen. Und ja, habe jetzt hier einen Twink rausgekramt. Also wenn es euch ähnlich geht und ihr nicht auf die Worldquest warten wollt, dass die auf dem richtigen Spot sind, dann könnt ihr auch nochmal mit dem Twink loslegen. Oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr es jetzt mit mir zusammen einmal durchbasten. Was müssen wir als allererstes machen? Wenn wir jetzt hier, wie ich, einen frischen Schar haben, der noch nichts gemacht hat, könnt ihr erstmal in Waldracken ins Gasthaus gehen, auf den Koordinaten 47, 47. Und dort haben wir dann an der Wand so ein Banner hängen. Und da kriegen wir einmal eine Vorquest. Da müssen wir jetzt nach Algeta rüber, also hier hoch, und das Ganze abgeben. So, jetzt sind wir bei dem Turm, wo wir hinfliegen müssen, also hier oben. Und dort können wir das jetzt einmal hier abgeben, bei ihm hier. Der hat übrigens auch die Weekly-Quest. Und sobald wir es abgegeben haben, haben wir hier zwei weitere Quests, die wir annehmen können. Und ja, wir haben einmal eine Quest, da geht es dann immer um so ein Totem. Und dann haben wir eine andere Questreihe, also die Questreihen gehen ein bisschen länger. Da müssen wir dementsprechend hier diese Brille aufsetzen. Und diese Questreihe mit der Brille, die müssen wir jetzt weiter voranschreiben. Und zwar müssen wir jetzt am Anfang erstmal ein paar Tests ausführen mit der Brille. Das spielt alles hier oben. Und sobald wir das gemacht haben, kommen wir an den nächsten Spot, wo wir die Brille dann auch wieder benutzen müssen. Und an den anderen Spots müssen wir quasi sie dann ins Target nehmen, aber das zeige ich euch dann. So, ich habe jetzt die zwei Quests erledigt, die quasi hier oben waren. Und jetzt werden wir hier weitergeschickt. Und wir sind jetzt am Observatorium. Und das ist nämlich schon der erste Spot. Also hier Observatorium der Eintracht. Und ja, jetzt können wir die Quest bei ihr hier abgeben, dass wir hergeschickt werden. Und müssen jetzt wieder was mit der Brille machen, wie oben auch schon. Und die können wir jetzt nämlich einsetzen. Und dann sie ins Target nehmen und dann einfach tanzen eingeben. Und dann fangen wir hier an zu tanzen. Und dann müsste eigentlich das erste abgehakt sein. Und so können wir das jetzt mit den anderen Spots auch machen. Heißt, wir müssen die Questreihe hier einfach weiter vorantreiben. Und die anderen Spots, die gucken wir uns dann mit meinem Main an. Denn mit dem werde ich die Questreihe dann weiterführen. Also ich zeige es mal noch. Wir sind jetzt hier bei den Koordinaten 56, 43 auf der Küste des Erwachens. Und das könnt ihr sowohl machen, wenn ihr in der Questreihe seid. Oder wenn ihr es schon durch habt und später hier eine Worldquest ist, wo ihr die Brille braucht. Dann könnt ihr es natürlich auch machen. So, dolla. Ich habe jetzt die Questreihe ein bisschen weiter noch gespielt mit den Brillen. Und jetzt bin ich in die Zahra-Leck-Höhle geschickt worden. Und hier konnte ich die nächste Quest annehmen. Wir sind jetzt hier unter dem Pet-Battle-Ding. Da habe ich mir erstmal ein bisschen schwer getan, das zu sehen. Auf den Koordinaten 38, 49 in der Zahra-Leck-Höhle. Und da bin ich jetzt hier auf der Quest. Werkzeug der, jetzt sehen wir es nicht. Werkzeug der Drachentöter, genau. Und dort können wir auch wieder die Brille aufsetzen. Und jetzt tanzen wir wieder mit ihr. Tanzen. Und dann müssten wir jetzt hier den zweiten Spot weg haben. Igiras Wacht schimpft sich das Ganze. Und jetzt müssen wir dann auch nur noch auf die Drachen, also Drachenschädelinsel. Und das müsste dann hier oben sein. Und da habe ich auch schon eine Quest. Also man kriegt anscheinend beide Quests parallel. Einmal auf die Insel, auf die Verbotene, beziehungsweise in die Zahra-Leck-Höhle. Und da werden wir uns jetzt da gleich hinbegeben. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar hat mich da auch wieder die Quest hingeführt. Das hatte ich euch vorhin schon gezeigt. Hier auf den Koordinaten 77, 38, ne, auf der Verbotenen Insel. Und ja, jetzt habe ich hier einfach auch wieder eine Quest bekommen, wo wir das Teil einsetzen können. Und die schimpft sich das Schicksal von Schuppenkommandant Aperet, oder wie der heißt. Jetzt nehmen wir sie einmal ins Target. Tanzen. Und tada, dann ploppt da einmal das Hitchiefe mit auf. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr jetzt die Questreihe, wie gesagt, schon gemacht habt, könnt ihr das dann auch machen, wenn ihr an den jeweiligen Stellen die Worldquests habt. Oder ihr macht das mit einem neuen Twink, müsst ihr halt nochmal ein bisschen durchquesten. Juti, dann sind wir durch mit einem kleinen Achievement Guide. Habt mich voll so dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.